erwähnt haben kuchen kuchen wird in den backofen geschoben und wenn er kommt heraus ist er fertig und eine torte wenn er ist in die backofen gemacht und kommt wieder raus muss er noch bearbeitet werden also kommt da noch creme drüber und was habe ich an eislie gelernt danke eislie danke für die info jetzt habe ich es endlich gelernt ja ja ich kann es also ich kann bestimmt auch was backen ob das jetzt was leckeres